Bei der PISA-Studie, an der sich 81 Länder beteiligten, schnitten österreichische Schüler in den Bereichen Mathematik, Lesen und Naturwissenschaften jeweils über dem EU-Schnitt ab. Im Frühjahr 2022 nahmen in Österreich rund 9.500 Schüler zwischen 15 und 16 Jahren an der PISA-Studie teil. Sie mussten Aufgaben in den Kategorien Mathematik, Lesen, Naturwissenschaften und erstmals Finanzkompetenz lösen. Schwerpunktthema der Tests war bei diesem PISA-Durchgang die Mathematik. Österreich liegt bei der Mathematikkompetenz auf Platz 12 und mit 487 Punkten deutlich über dem EU-Schnitt. In der Studie aus dem Jahr 2018 lag Österreich noch auf Platz 22. Eine deutliche Steigerung. Japan, Südkorea, Estland und Schweiz liegen an der Spitze. Ähnliche Kompetenzen wie jene der österreichischen Jugendlichen gibt es in zwölf Ländern, darunter Finnland, Schweden und Dänemark. Die Ergebnisse im Bereich Lesen. Hier liegt Österreich mit 480 Punkten auf Platz 17 und leicht über dem OECD, also Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und dem EU-Schnitt. Ähnliche Kompetenzen wie in Österreich gibt es in den Nachbarländern Schweiz, Italien, Deutschland und Ungarn. In den Naturwissenschaften liegt Österreich auf dem Platz 19 und mit 491 Punkten damit über dem EU-Schnitt. Zwölf Länder schneiden ähnlich wie Österreich ab, darunter Tschechien, Deutschland und Ungarn. Im Jahr 2018 lag Österreich noch auf Platz 27. Die Studie war coronabedingt um ein Jahr verschoben worden. Damit können aber auch die Kompetenzen der Schüler nach der Corona-Pandemie mit den vor der Pandemie erhobenen Durchläufen verglichen werden. Bei der letzten PISA-Studie 2018 lagen die österreichischen Jugendlichen im Lesen und den Naturwissenschaften in etwa über dem EU-Schnitt. In der jüngsten Studie gehört Österreich weiterhin zu jenen OECD-Ländern, in denen der sozioökonomische Hintergrund wie Bildung und Beruf der Eltern oder materieller Wohlstand einen noch stärkeren Einfluss auf die Leistungen der Jugendlichen hat als im Schnitt der anderen OECD-Staaten. Auch die Kluft zwischen Schülern, deren Eltern im Ausland geboren wurden und ihren einheimischen Altersgenossen, ist weiterhin größer als im OECD-Schnitt. Die deutschen Schüler schnitten übrigens so schlecht ab wie noch nie zuvor. Sowohl im Lesen als auch in Mathematik und Naturwissenschaften handele es sich um die niedrigsten Werte, die für Deutschland jemals im Rahmen von PISA gemessen wurde, teilte die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung mit. Die Schweiz schnitt hingegen besser ab.